In den Büschen aus ist gar nicht so einfach zu sehen, wo die Leute sind. Will auch nicht lieber, nicht runterfallen, weil sonst krieg ich ja, oh, krieg ich wahrscheinlich ordentlich Fall-Damage. Yo, Boys, wir sind die neuen E-Box. Ich geh mal hier rüber. Da ist ein E-Box! Hol den euch! Ah! Machen sie auf! Machen sie auf! Verdammt! Guten Tag, mein Name ist Peter Zwegert. Ich hab gehört, sie haben Probleme mit Geld. Ich mein, ist ja total ersichtlich. Ich bin hier von der Firma RTL, um ihnen zu helfen. Können sie aufmachen, bitte? Herr E-Box Wonka, mein Name ist Peter Zwegert. Ich werde dafür auch nicht bezahlt, sondern krieg nur Fame ab in meiner TV-Serie. So, wir befinden uns jetzt im Hellen-Jagd-Modus auf Endor. Und ich wollte eigentlich mal die Waffe haben. Und ich wollte sie aufmachen. Und ich habe die Waffe in deraway Gebirge. Ich renoviere mich so erfolgreich.